Der Speisesaal Der Speisesaal ist auf weiteres geschlossen Wir möchten daran erinnern, dass die private Nutzung von diesen Fahrzeugen untersagt ist Jeder der dieser Anweisung zuwider handelt, hat mit Disziplinarmaßnahmen zu rechnen Achtung, Achtung, die Schießübung wurde auf 0800 verschoben Ich wiederhole, die Schießübung wurde verschoben Oh Mist Achtung, Achtung an alle, das Auffüllen der Vorräte wurde abgeschlossen Achtung, Achtung an alle, das Auffüllen der Vorräte wurde abgeschlossen Achtung, Achtung an alle, scoot das confirming Was zum Teufel war das? Wo kam das her? Keiner fliegt da! Na komm, zeig mir was du drauf hast! Komm raus bitte! Es ist ja feinlich! Waffe fallen lassen, er geht nicht los! Wir müssen ihn finden und umlegen! Los! Aber er muss da drüben sein! Bringen wir es hinter uns zum Fehler! Bringen wir es hinter uns! Sollen doch mal sehen, was du kannst! Du bist ja lustig, Fischer! Bist du eine Ratte auf der Mülldeponie! Der Strom ist weg! Das hast du mir nicht gesagt! Es gibt eine Satellitenschüssel mit einer Verbindung zu einem privaten Spionageflugzeug. Setzt sie vier ein und schalte sie aus! Ich dachte dein Auto sei sauber! Na ja, das ist es auch. Aber wenn sie dich sehen können, hilft dir das auch nicht weiter. Denk mal drüber nach, ob du mir nicht noch was verschwiegen hast. Das ist ja bestimmt, wenn du nicht langsamer als suchst. Dann ist es ja nicht möglich! Beide? Kein Kontakt! Nichts gefunden! Bleib trotzdem wachsam! Oh mein Gott! Keine Sorge, Kumpel. Ich finde denjenigen, der das gemacht hat. Er ist hier an Wachsam bleiben. Ha! Hapfen! Wenn ich dich kriege, drehe ich dich in den Arsch! Hey, ich muss den ganzen befinden, den Flugplatz absuchen! Komm raus! Komm, ich weiß, dass du da bist! Komm raus! Komm raus! Wenn es sein muss, durchsuche ich den ganzen scheiß Flugplatz! Ich weiß, dass du da bist! Wie? Ich muss dich suchen! Ich weiß, dass du hier bist! Komm raus! Das ist Privatgelände! Hör auf, dich zu verstecken! Ich weiß, dass du da bist! Da! Sei nicht, Feige! Komm endlich raus! Oh scheiße! Ich werde den Typen finden und dann bezahlt er dafür! Das schwöre ich dir! Oh! Oh! Oh, Feige! Komm raus! Ich weiß, dass du hier irgendwo bist! Kannst dich nicht ewig verstecken! Wenn es sein muss, drehe ich hier jeden Stein um! Kannst dich nicht ewig verstecken! Ich weiß, dass du da bist! Oh, Mann! B, ich muss den ganzen beschissenen Flugplatz absuchen. Komm raus! Gib auf! Ich weiß, dass du hier bist! Grim, hab mich um die Schlüssel gekümmert. Gut, bringen wir dich raus. Mein Auto steht vor dem Tor. Die Autos, die dir folgen, könnten alle dahinter. Das ist kein Zufall. Zerstöre das Sicherheitssystem und sie sitzen hier fest. Gute Idee. Zum Glück hab ich nicht fester gehauen. Komm raus! Wenn's sein muss, durchsuche ich den ganzen scheiß Flug. Oh Scheiße! Ich finde denjenigen, der das war. Das schwör ich. Hey, du Superheil! Komm raus! Ich weiß, dass du hier bist! Achtung, Achtung an alle Einheiten. Auf dem Gelände befindet sich ein entflohener Häftling. Er ist bewaffnet und gefährlich. Aufgehend, alle Posten besetzen. Sie haben die Erlaubnis, das Feuer zu eröffnen. Der Gefangene ist immer noch auf der Flucht. Gefangener ist noch auf der Flucht. Du Scheiß! Komm raus! Was? Der Gefangene verfügt über Kampferfahrung. Er ist bewaffnet und äußerst gefährlich. Ach du Scheiße! Ich werde denjenigen finden, der das getan hat. Das schwöre ich. Wir haben Verluste! Ausschwärmen! Such den Drecksack! Von deiner Stelle hätte ich jetzt auch Angst, Arschloch! Wir sind nicht wohl für besonderer Schneefischer! Komm! Boah! Scheiße! Sam! Schlechte Neuigkeiten! Sarah geht's gut, aber ich muss euer Telefonat verschieben! Lass die Spielchen! Und ruf mich erst wieder an, wenn du meine Tochter am Apparat hast! Los, komm raus! Ich bin hier! Lass uns gut nach dir suchen! Lass uns gut nach dir suchen! Lass uns gut nachdenken! Ich freue mich, sie Wir müssen den Kerl so schnell wie möglich finden. Versteck dich nur, mieses Schwein! Versteck! Fliege! Fahrt weg! Fliege! Schuss mit... Fliege! Fliege, du bist ein Fehler! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Sam vertraute mir. Hauptsächlich aus dem Grund, weil wir beide am Golf eine Menge durchgemacht haben. Nachdem Thad Echelon diese komische Nummer mit ihm abgezogen hatte, rief er mich an. Er brauchte jemanden, der ihm den Rücken frei halten konnte. Kaskin hier, Warfare-Basis. Unsere Drohne zeigt zwei Tote. Ihr Gruppenführer ist nicht zu sehen, sonst wie jedenfalls tot. Suchen Sie Deckung. Wir holen Sie raus. Ich befehle Ihnen, auf Ihre Evakuierung zu warten. Verstanden? Ich befehle Ihnen, die Schmerzen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020